Ich darf zum bereits mehrfach angesprochenen Global Compact on Migration wie folgt Stellung nehmen. Es wurde am 13. Juli in New York der technisch verhandelte Text, der auf Beamtenebene unter allen damals mitverhandelten Staaten, waren eben auf verschiedenste Ressorts jeweils eingebunden, wurde von der europäischen Delegation bei den Vereinten Nationen wie folgt damals Stellung genommen. Wir haben einen nicht perfekten Text, den wir nun nach den technischen Verhandlungen unseren Regierungen vorlegen. Das heißt, es war klar, dass im Laufe des Spätsommers, Herbstes eine politische Debatte beginnen würde. Diese politische Debatte haben wir in Österreich seit Mitte August, so war ich zumindest involviert, geführt. Und diese politische Debatte hat zum Ministerratsvortrag letzte Woche geführt, die wir im Einvernehmen mit den zuständigen Ressorts wie folgt vorgetragen haben. Österreich enthält sich im Votum bei der UNO-Generalversammlung, wenn über diesen Pakt abgestimmt wird. Warum? Wir sind mit 17 von 23 Punkten nicht einverstanden, weil sie im Widerspruch mit dem österreichischen Regierungsübereinkommen stehen. Und Sie haben zu Recht erwähnt, es gibt Aspekte, hinter denen wir stehen, es sind 23 Punkte, aber es gibt viele Aspekte, zu denen wir nicht stehen können. Ich hatte erst letzte Nacht eine Live-Debatte, Al Jazeera bis 22 Uhr, wo ich auch in dieser Debatte feststellen musste, es werden Begriffe wie Flüchtling im Sinne der UNO-Flüchtlingskonvention und Migrant verwechselt. Wir haben einen UN-Kompakt on Refugees für Flüchtlinge und wir haben einen UN-Kompakt für Migration. Und es ist mir gestern in dieser Debatte, also es war ein Live-Interview, bis 22 Uhr sehr wohlbewusst geworden, dass es dem Moderator, der mit einem riesigen Team ankam, 20 Leute, die aus Doha nach Wien einfliegen für so eine Sendung. Also da springt die Investition, aber die wesentlichen Begrifflichkeiten werden verwechselt. Und wir sind mit vielen Punkten dieses Kompakt nicht einverstanden und es ist nicht österreichisch spezifisch, dass hier eine Debatte geführt wurde. Wir haben diese Debatte abgeschlossen mit dem Ministerratsvortrag. Es wird in der Schweiz im Moment eine sehr intensive Debatte dazu geführt. Es wird auch in Deutschland, also wenn Sie verfolgen, wie es wurde zwar CSU, CDU und so weiter erwähnt, aber die öffentliche Debatte findet statt und wird wahrscheinlich auch in den Deutschen Bundestag getragen werden. Und daher im Sinne unserer aktiven Beteiligung in der UNO können wir uns letztendlich bei vielen dieser Themen einbringen über andere Konventionen, aber nicht in diesem Fall, wo es einfach in Richtung einer Fortentwicklung von Völkerrecht geht, die wir nicht mittragen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.